Hup Was stimmt denn da jetzt schon? Nach der Raffi Ja doch, häng's an Kevin, hat Andi dir eigentlich geschrieben? Da vorne hat er mir kurz geschrieben, wieso? Ja, okay Aber, wir schrieben Andi Hä? Weil er mir nicht geschrieben hat Und du beschaust nicht sein Duglo Ja, deswegen Deswegen dachte ich jetzt schon, dass bestimmt du dir geschrieben hast, deswegen hab ich gefragt Ja, der hat mir nur vorhin geschrieben, ob es wirklich Earth wieder gibt Und Im März war ich so Und jetzt raus Und sie hat den Raffi Und wie viel es denn da ist, ist das? Und das ist was ich gucke, ich gucke. Und das ist dieses Lauf Endlich haben wir mal einen Punkt Bis auf so einen, der halt wieder reingehen muss Naja Ich bin unschuldig Ich hab mich sogar gerade getankt Wer? Ich? Ja, tut mir leid Mario Nur du wollen scheinen dich aus dem Tower raus Nee, ich wollte richtig fetzen Das ist eine richtig innige Beziehung mit dem Tower Oh Gott Verkackt ein allerhoeres Besselpisser Craggy is on point Oh nevermind Oh nevermind Oh nevermind Oh nevermind Ja aus, mach mal aus meiner Kuh raus Nein, den will ich klauen Also wenn Katharina so weitermacht, möchte ich nicht gewinnen Warum? Warum? Sie ist ja random Warum geht der Tower jetzt auf mich? Ich hab gar nichts gemacht, mal ganz im Ernst Marvel Ja ist doch wahr Ihr seid als erstes rein, der Tower geht auf mich Nicht bin ich rein Ich war doch gar nicht da Ist mir egal, du willst trotzdem rein Hey Ah unglaubliche Ihr geht als erstes drauf und ich krieg die Akku Das Leben ist schreckig, oder? Ja ist doch so Morgen wieder arbeiten Nooo Morgen Schule 3 Stunden Wann geht's los Raffi um 10 bis um 12 Nee, ich muss um immer um halb 6 ausstehen, um mich fertig zu machen Ah ok Ja, ich bis 11 Uhr 10 Unterricht Erstmal 3 Stunden Beauty-Kur Mit Gurkenmasken Ja, hallo Davon kommt der Closy Tower Genau Ich hab' ich so Auf sie Oh, wollt ihr mich verarschen? Hab' ich schon diesen Dead Ash bekommen, aber nie Das Pilz Nice Nice Marvin Du ist ja schön wie normal Sexy Stab Ja Danke Oh Gott, habt ihr euch Bilder rumgeschickt? Hä? Auch nicht Warte ab, du hast bestimmt auch eins von denen Das ist bezweiflich Kann man sich in Instagram auch Bilder zuschicken? Ja Ah nein Ah nein Okay WTF Erstmal alle Mafia blockieren Ich glaub das wär' ich das letzte, wenn ich da Bilder verschicken würde Warum von deiner krassen Arbeit? Hashtag ich mach heut' nichts Hashtag Beamtenleben gutes Leben Ja Hashtag da gehen die Steuergelder drauf Was für Steuergelder? Bei dich einer als Erzieher Wer zahlt denn deine Schule? Niemand Niemand Das ist es ja Ja, also Wenn der Mana weg ist Hab' nichts mehr für dich Ja Au So, jetzt hab' ich endlich mal wieder Schaden Nein, nein, nein Guck' hier jetzt Au Lass' doch ein bisschen zurückfallen Nein Ich hab' euch ein Heilteil geklaut Hi Hi Morgana Schroom Schroom War wieder top, dass ich gegen nen APT wieder mal auf Dings baue Heh Magiedurchdringung Ach ne Auf Ninja Warwin, alter Du hattest mal deine guten Zeiten Ja Aber jetzt Na wart ihr nicht mal irgendwie auch Diamond oder Platin oder irgendwas? Ja doch, aber Challenger Hör sich anzustecken Hi Yellow Oh Marvin Ja, ihr kommt ja auch nie mitguckt, weil ich renne da bis zur Base zurückkeh Unglaublich Das ist alles nicht so einfach, wie du dir das vorstellst Jawoll, kämpf' auf drei Ne, jetzt hab' ich endlich mal einen meiner Champs-Sicherungen im Ranked-Spiel Mh 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 Mh, Schraffi Was will die 1-1-Sivir? Äh, die 1-1-9-Sivir, der neun-Kill ist geklaut worden Mh Ja, mir 8 Sivir, das war so, als ich gedrückt hab' Mh Nicht, ich dachte, er will hook'n Mh Egal, ich hab sie ja in der Minute 0-4-8, eigentlich müsste es 8-4-0 heißen, aber Mh 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 Alter, Mh Hoppala Mh 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 Ich, Idiot, ich wollt' mich grade backpornen Ich glaub', ich brauch' dringend Mann, es ist schon zu spät, ey, mein Gehirn schaltet schon wieder nicht mehr Die Jugend von heute Ey, ich bin gar nicht mehr jugendlich, ich bin schon erwachsen eigentlich Doch, alles unter 20 Was? Ja, ab 18 gilt man als Erwachsener Komm, mit deinen Jahren erstmal in unsere Tage, dann drehen wir weiter Mit meinen Jahren in eure Tage, alles klar, ich verstehe Ich hab' hier schon grad' geflügt, wo? Ich hab' hier schon grad' geflügt, wo? Ich hab' hier schon grad' geflügt, wo? Drenk, drenk, drenk! Wow, Marvel! Das war'n falsche Teile! Ja, das war'n die richtige! Ohne dich, Alter, wären wir gar nichts! Halt'n die da noch reingeflogen? Hier, guck' du! Niemand trifft'n Skilcher Aber echt? Ich hab' mir gerade schon ein bisschen verarscht vor mir, ehrlich Nimm' sie wieder! Nimm' sie wieder! Komm, ich block' ihn jetzt! Wuuuh! Uh oh! Lauf! Schnell weg hier! Uuhuuuh! Oh oh! Ich hab' kein Mana mehr! Jaaa, keine Ahnung, Schauen wir ihr einfach zu, wie siehst du. Marvin! Was denn? Er läuft ja wieder schnell rum. Was denn? Ja, ich hab den gedodged. Ja, sieh mal. Das Problem ist, die poken uns halt unter, wenn wir dann... Ja, machen wir dann wieder wieder rein. Dann hätt ich Mana, kann ich mitpoken. Auf geht's, genommen! Oh, nein! Kommt, helft mir! Wo bleibt ihr? Oh, Mann! Muschel, die Abtower ist ja unglaublich! Ihr wisst schon, damit wir hier hin müssen, oder? Du siehst schon, wie viel Leben und Mana ich noch habe. Also Katharina war mal besser. Katharina fiedelt jetzt nur noch, indem sie alleine reinläuft. Voll die Hau. Ey, wow, okay, das ging schnell. Das war eigentlich für mich, geht das wahrscheinlich. Ja, Marvin, musst doch weiterspielen. Ja, sorry, ich war gerade am Tippen. Achso, ich muss auch noch einkaufen. Ich fleisch mich schon hinweg und dich, du stirbst. Alter, das müssen wir jetzt echt gewinnen. Ganz ehrlich. Dann streng dich an, Marvin. Ich streng mich immer an. Jetzt kommt der wieder, guck mal das an. Ich meine 2,8. Ja, 2,8, 10 vor allem. Das ist so geil. Ja, ich hab 6,2,18. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Wie ist die? cud? Pils! WHOAH-WAH-WAH-WAH! Vieso lässt er noch? War auf. Was? H говорят. Jetzt bin ich eingefangen. Nein, Pilz! Und tschüss! Der Pilzabler. Craigymane. Das war ne Ulti. Ja. Aber die A-Schuld ist auch raus. Ich seh schon, wie die kommt. Das wird wieder so in 35 Minuten, Aaron, wie vorhin. Aber echt, ey. Nur weil ihr nicht die scheiße spaniken könnt. Nice. Die Paukeln uns zu Todes. Ja... Wenn uns so zix nix macht... Waffen sucht sich richtig Feind. Aber ist ja alles nur ein Spiel, wir nehmen das alle nicht mehr. Kann schon reingehen, aber das Problem ist, ihr folgt halt nicht. Oder Rafi knallt mal seine Ult so raus, damit die halt zu uns fliegen. Ui! Jetzt, Rafi! Wie die Kuh? Ist er so schlecht? Ja, nichts sagen, Appa. Ich hab schon Blitzcrank rausgenommen. Wow, weil er mich gehuckt hat. Ist egal, ich hab ihn rausgenommen. Der Blade of the Ace soll. Guck mal, dass ich die kriege. Oh man. Ich dachte, ich gewinne heute noch irgendein Game. Dachte ich auch. Es gibt doch noch danach ein nächstes Game. Nein! Also ich hab zwar morgen frei, aber ich will trotzdem irgendwann pennen. Oh, was ist denn das? Was? Das Problem ist, die poken uns halt wirklich gut und keiner macht was. Ja, die machen gute Damage. Was sollen wir denn machen? Ich meine, wir gehen rein oder wir lassen die uns poken. Was glaub ich, wie die überrascht sind, wenn wir auf einmal reingehen? Überraschung! Das ist normal, Kevin kann nichts machen außer seinen Q-Spam. Und der drückt ja die ganze Zeit weg, aber... Aber warte, ich schreibe mich kurz hoch. Also Raffi, bring mal einen so zu uns, dass wir den Instant rausnehmen können. Ja, so vielleicht. Jetzt. I have slain an anime. Die anime, die anime überlebt. So. Wie soll ich den Mann noch mehr? Kommen wir auch wieder richtig mit bei? So. Ups. Wollen wir einfach drauf? Nee, ist weg. Ja. Ey, guck, jetzt kommt die Kragas-Wombo-Combo. Au. Nice. Krass, Kaffi. Ein krasser Kragas-Wombo-Combo. Ja, keine Ahnung, wie die Leute das immer hinkriegen. Der Existerer. Und wenn du den eh machst, musst du halt flashen. Ja, hab ich versucht. Aber ich glaube, einen eh abgebrochen durch Flash. Nein, Kevin Ulter. Tschau, Kevin. Piu. Jetzt kann ich wieder was kaufen. So, der Damage ist real jetzt. Richtig real. Ja. Ja. Ich bin ein G. Ja. Ich bin ein G. Oh Gott. Boah, Alter, diese Ult. Alter, dieser Slow. Boah. Ich brauche echt mehr Magie wie ich sie. Tschüss. Boah. Boah, T. Was war denn das für ein Flash? Ach Morgana, man! Ach Gott! Ey, wer? 7a Ja, die Tastatur, ich bin da immer zu schnell Muffin, zu schnell für seine Tastatur Zum Mitten im Leben So, wollen wir jetzt richtig fett rein? Ja, würde ich auch sagen Auf wem? Aber so richtig fett rein Aber so richtig fett Hui Nein Ich bin halt geblockt Du bist doch am Leben Ja, ich bin geblockt halt Ach komm, ich wollte gerade die 3 Oh, 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 oh Ich würde sagen, dass nur Anivias Problem ist Morgana Kevin, komm, zeig mal, dass du kannst Bei Gottes Willen Oh Gott! Oh Gott! Oh danke Marvel! Bitte! Hm. Ja Marvel! Ja hilf mir doch! Ja was sollen wir denn machen wir haben nicht! Wir haben nicht! Nein nein wir haben echt... Schau mal ich hab nicht mal mehr Mana für irgendwas. Ich kann halt echt nichts mehr drücken. Alter. GG. Mann die Menschen, das carry die 5-3. War unglaublich. Also ich würd sagen Bot-Game wär noch drin. Ja Bot-Game! Ein Bot-Game müssen wir gewinnen! Das wärs so. Ja Bot! Bot-Game werden wir gewinnen! Ja wie? Und es gibt Wind des Tages! Oh ist das Comeback! Die Comebacks, Comebacks alle killen und Minions und... Schnell! Ich komm schon! Ey komm schon! Ey komm schon! Ey komm schon! Er guckt jetzt kommt krasse Kragas-Combo! Das ist der krasse Comeback ich sag's euch! Don't worry Alice! Also an mir lag 6-12-9! Ja an mir auch nicht! 6-14! Ey der... Die Kata hat auch 16... Er hat auch 14 Tode! Ja aber er hat auch 16 kills! Das zählt nicht! Marvin ist der Gewinner der Herzen! Können wir ja 15 zuvor sehen! Das nur mit Auto-Attacks! Ne jetzt mal ernsthaft, jetzt wird man das echt drehen! Gleich geht er wie rein und stirbt! Ja was... Das kann ich auch nicht Kevin! Ich versuche Anivia zu uns zu holen! Die hat doch eh zu holen! Die hat so ein Passive und Schutzengel! Versuch doch mal Ash! Ich glaub die Ash ist die... Oh Gott! Ja! Ash ist die schlimmste von allen! Ash ist ein kleines Problem, ja! Aber ich guck mal dass ich sie rauskriege ok? Ciao! Ich meine ihr könnt euch ja am Rest tun... Ach eh schon, dann passt das! Ash 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 Ash! Ist weg! Ah! Habt ihr diese ulti gesehen! Blitzgang! Machen wir das weg? Das wirst du nicht! Jetzt macht ihr mal den hier! Komm! Zeigst das weg! Ja man! Komm Arne! Go go go! zoom! Oh! Drück weh! Ich drück weh! Gib dir einen Text... Komm Arneast los! gonna 야all луч! öfters war für zu an der seite drück eh aber eh und nicht rein raffi war doch auf alle kind zu klauen wartet doch auf mich wartet doch auf mich ja hallo wieder keine das stimmt gar nicht ich hab doch eh oh mavi nein oh mavi ja auf einmal drück kuh läuft doch nicht da rein es hört mal auf mir irgendwelche anweisungen zu geben die in meinem champ überall kämpfe lauf drück weh drück weh drück weh die skills ja ist so spannend euch alter ihr wartet jetzt bis alle da sind jolo ihr dürft die echt nicht wieder aus meiner reichweite kicken das war grad richtig bitter also wir müssen die es aber ich nehme die aber warte doch auf morgana auf ash komm wir gehen jetzt alle jolo auf ash wo ist die wo ist die da ist ja komm her aush komm her komm her das war bäaam ja ach wie schicko klaut mir wieder einer den kill, das gibt's ja nicht easy OMG wir haben ein game gewonnen yeah oh mein god buuuuh und ihr wisst wie sauknapp chaka